Hey Kinder, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen CSGO-Video. Ich habe eine Frage an euch und zwar, ihr fragt mich ja ständig, was so mein Lieblingsskin ist. Hallo mein Sohn. Ja, das kommt eigentlich in jedem Stream und auch in jedem Video immer mal wieder vor. Bei mir ist es die Hyper Beast, das wisst ihr ja, das ist mein Lieblingsskin, also meine Lieblingsskin-Reihe. Es könnte gerne auf jedem Wäffelchen im Spiel, könnte gerne die Hyper Beast drauf sein. Oder ein Hyper Beast, seid ihr behindert? Oh fuck, ich habe auch auf Ja gedrückt. Ich basch das, nein. Neeein. Ich spiele so gerne Lake. Und jetzt kommen diese Kinder, das wäre eigentlich die Win geworden, aber jetzt weiß ich nicht, was passiert. Also wirklich, andauernd diese scheiß Kack-Map hier. Nun ja, ihr fragt mich ständig, was mir gefällt, aber ich frage euch irgendwie nie, was euch gefällt. Deswegen frage ich dich, was ist dein Lieblingsskin? Welcher Skin könnte deiner Meinung nach überall drauf sein? Also in verschiedenen Variationen, so wie die Hyper Beast, die ist ja auch nicht immer gleich, oder? Nee. Kommt da vielleicht jemand rein? Haha. Hahaha. Hahaha. Wer schießt denn hier durch Nacht und Wind? Es ist der Bock. Er stinkt geschwind. Ich würde so abfeiern, wenn es die Hyper Beast, hallo, für alle Waffen gäbe. Für alle Waffen, für alle Knives, für alle Mütter, für alle Väter, für jeden Menschen auf der Welt, hätte ich gern ein Hyper Beast Pferd. Fuck. Ich kann mir vorstellen, dass es bei einigen der Asimov-Skin ist, der den Leuten eher gefällt. Oh Gott, ich würde da drüben werden, nein, 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 nein. Ach, du Basch, du kleiner stinkender, hallo. Noch einer. Oh, noch ein Opfer. Ja, komm hoch, komm hoch. Komm hoch. Ja, komm hoch. Ja, ich denke, die Asimov ist bei einigen wahrscheinlich sehr weit vorne. Natürlich wäre es auch echt sick, überall eine Medusa drauf zu haben. Also so Medusen, da wäre ich schon wirklich ganz vorne mit dabei. Aber über die Hyper Beast geht halt einfach nichts drüber. Da machst du nichts. Eine Noir, ähm, komplette Noir, Neo-Noir-Ding. Was, stört der doch auf meine Kills zu klauen. Muss das sein? Und der hat schon wieder den Kill geklaut, Hansen! Ich hasse es, Leute, ich hasse es. Ich kriege so oft die Kills geklaut. Und in so einem Moment wie gerade eben, wo mein Mate den sieht, passiert nichts. Wo ich hätte gerettet werden können. Und dann geht nichts mehr rein. Ja klar, natürlich! Merkst du was? Wenn ich den mich mal abdrücke, fang schlaue, dann bleib kein Arkt, Rogge. Alter, das kannst du mal abkarfe. Kommt der da? Wo ist Naschende? Nachladen kurz. Warte, 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 warte. Okay, alles geht. Keiner da, alles klar. Alter, wie ich hier vorne chill, wie so ein Spawn Trapper. Alter, ich habe hier vorhin die Rübe geschossen. Das interessiert mich nicht. Ist ja nur eine Auge. Achtung. Oh, fuck! Ah, keine gute Idee. Es gibt viele sehr, sehr geile Skins, aber was ist bei euch euer Platz? Numero uno. Bambino. Vattissimo. Ich weiß nicht, ob ich hier was reißen kann. Die sind alle irgendwie gleich. Also... Nein. Er kriegt mir den One-Drück, weil ich schon so eine Abgesägte habe. Okay, komm. Wo? Ey, Mate. Ich habe Angst gekriegt. Ich brauche einen Close. Haha. Oh, nein! Weg vom Fenster, du... Er hockt auf dem Klo und schießt runter, man. Wie unfreundlich ist und das. Er soll erstmal fertig kacken, bevor der irgendwas macht. Und was haben wir hier für einen am Start? Der andauert knife? Nein. Nicht mit mir. Jetzt ist Ruhe. Fuck! Nein! Nicht schleichen, Boy. Rauf, Musch! Du musst rauf! Sonst wird das nichts heute. Alter, da ist einer in dem Bad. Ah, ja, gut. Oh, hallo. Die Auto ist schon aus einem ganz speziellen Platz. Aus der Hölle, ne? Schön da bleiben, mein Freund. Oh, fuck. Ich hätte fast verkackt. Ich sehe noch irgendwo... Aha! Der gleiche Dreckarsch. Da oben sitzt einer, ne? Ja. Er hat einfach gewartet. Okay, kann man machen. Hat er sich schon verdient. Er hat mich schon verdient. Oh, neben uns. Wie unglaublich frech das von diesem kleinen Balk ist. Ich komme ran, du Sack. Ich komme ran. Ich gebe da richtig. Ich gebe da ins Fenster. Shit, Mann. Ich weiß nicht, ob ich hier den Sieg hinbekomme. Meine Siegisträne bricht also ab. Mal wieder. Nein, 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 nein. Ja, sehr schön. Lalalalalalalala. Was ist mit... Oh, er hat immer noch die Auto da oben. Jetzt ist es aber auch immer mal gut, oder? Er campt mit einer Autosnipe da oben. Wie lächerlich ist denn das? Warum holt den denn keiner weg? Oh, Monsieur. Er will uns die ganze Zeit knifen. Dieser Boy. Oh, schade, schade. Habt ihr auch gerade eben den Triple Kill gerochen? Mit einer Tegel oder so. Wäre da vielleicht was reingegangen? Ah, mit der Kalok. Na, mit der Kalok. Na, 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 na. Klack, na, na. Ah! Gegner? Oh Gott, war der bad, Alter. Der hätte mich eigentlich haben müssen. Äh, da ist auch jemand hier. Meins. Und da ist Fati wieder vorne. Das ist ein Kollege. Und Fati geht fort. Dump, dump. Oh, fuck. Nein, war ich. Nein, war ich. Alter, ihr müsst ihn abknallen. Seid ihr bescheuert? Also manche sind irgendwie viel zu chillig. Ja, ist egal. Lassen wir den halt neifen. I hurt myself. Oh, today. Alter, krass, wie ich gerade total am Flymer bin, Alter. Ich bin richtig, ich bin richtig on the fire, ne? Achtung, pass mal auf. Oh nein. Bitte, 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 bitte funktionier. Komm schon. Da ist einer. Nein, komm zu mir. Du musst zu mir kommen. Du Vorröhr. Ich weiß nicht, ob ich so irgendwie besser bin. Also besser da stehe. Wahrscheinlich nicht. Nein, 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 nein. Oh Mann. Wer ist da? Hinter dir ist doch ein City, Mann. Hörst du den nicht? Ich hab ihn schon wieder geneifed. What? Das glaube ich jetzt echt nicht. Jetzt hat dieser eine Vogel hier auch die Knife-Time am Start. Nein, 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 nein. Nein. Das Anlag ist mir einfach ins Gesicht geschrieben. Fuck. Noch einer mit Knife. Jetzt geht's aber los. Ah, das fasse ich jetzt nicht. Hör auf, mich anzuschießen. Noch einer mit Knife. Um Gottes Willen. Da rennt einer. Nein, 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 stehen geblieben. Ha! Es zeigt sich halt, wer der König im Ring ist. Dieser hier. Trotz dem ganzen Anlag. Es hilft nichts. Eure Flüche, liebe Gegnerlein. Die helfen nichts. Ja, also wie gesagt. Die Hyperbeast, die könnte gerne überall drauf sein. Wartet mal. Ich hab doch eigentlich... Ich hab, glaube ich, alle Hyperbeast... Hab ich die Mitte... Ich hab die Nova. Da sieht's schon sehr, sehr schick aus. Dieses riesige Maul oder so. Die M4 hat auch nochmal einen Teil davon. Mit dem Auge sogar. Die 5-7. Auch sehr schön geworden. Und natürlich noch die Hyperbeast. Zack. Ja. Die ist, das ist, glaube ich, meine erste gewesen. Genau die hier. Die ich auch gezogen hab aus der Kiste. Das ist schon ziemlich nice. Also hier einfach nochmal die Frage, wie sieht das bei euch aus? Welchen Skin könntet ihr euch auf jeder Waffe vorstellen? Was ist euer oder was ist dein Lieblingsskin? Und jetzt gibt es für euch noch die 5 Skin-Gewinner vom letzten YouTube Skin-Giveaway. Wir fangen unten an auf Platz 5. Und gehen dann zu Platz 1 hoch. Platz 5. Der Oberguru. Platz 4. Babbo-Luck. Codex-Sus. So. Codex-Sus, glaube ich. Nummer 3. Singrun. Nummer 2. Pixel-Kram.de. Und Nummer 1. Also somit die Desert Eagle Comiche Dragon. Erhält. Guitari King. Yeah! Ihr 4 Gewinner schreibt mir bitte hier unter dieses Video. Hier drunter. Oh. Ich hab gewonnen. Wie schön. Mehr nicht. Kein Trade-Link. Und dann antworte ich. Ja, du hast gewonnen. Schreibt mir bitte jetzt deinen Trade-Link in einen neuen Kommentar. Das ist für mich dann einfacher. Irgendwie die ganze Schose. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.